Dieser unangenehme Moment, wenn du von deinem Mitbewohner geweckt wirst, der in deinem Zimmer ist und an deiner Boxershots schnüffelt. Ich brauche dringend eine neue Wohnung, Freunde. Hat jemand irgendwas für mich? Wie bitte? Was? Kein Scheiß, der lag dran und hat an meinen Boxershots gerochen. Er meinte, er würde nur dann riechen, um zu checken, ob sie noch sauber sind, damit er sie sich von mir borgen kann. Krasser Scheiß! Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Scherz! Ihr seid so unglaublich widerlich! Wieso wir? Sagt es dem Deppen! Mal ehrlich, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Hab mir auch schon Unterhosen von meinen Mitbewohnern borgen müssen. Bah, wieso macht man sowas? Weil ich damals meine am Wochenende bei meinen Elternheimen vergessen habe. Jetzt stell dich nicht so an. Woher soll der Armin-Typ denn sonst wissen, ob sie noch sauber sind oder nicht? Ich an seiner Stelle hätte vermutlich auch sicherheitshalber dran gerochen. Ja, aber sicher nicht, während ich noch in ihnen schlafe! Oh. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020